Ich seh da hinten einen Speicherpunkt. Ich seh hier... Maschine in Pause. Betriebspause. Okay. Seid ihr gönnt, wer so viel feiert, der braucht auch eine Pause. Ich mein, die Viecher sind ja emotionaler, als es unsere Androiden hier sind. So zu meines als sie. Die Resistenz ist, die von diesem Ort herausgelegt. Oh, bitte sag mir nicht, die sind böse und ich darf gleich gegen die kämpfen. Hier, Karteninformationen. Können wir ganz gut schnell speichern. Und, äh, Operator 60, nur ein Scherz. Jupiters Glück. Ähm, sie behaupten durch die Untersuchung vom Verfahren vor mir ein bloßes Eindruck. Ach ja, das war das. Nur ein Scherz. Erinnerst du dich an die Nachricht über die Jupiter-Wahrsagerei, die ich dir geschickt hab? Also die letzte Nachricht, die wir hatten. Die Mails von F&D haben es für mich gemacht. Und ich habe die schlechtesten Nachrichten zu Gesundheit, Arbeit und Liebe bekommen. Aber dann ist mir etwas klar geworden. Das Zeug ist ein Haufen okkulter Mist. Ich meine, wie soll man sein Schicksal erfahren, indem man einen anderen Planeten beobachtet? Lächerlich. Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist ohnehin das wahre Verlangen jeder Yorha-Frau. Habe ich recht? Ha, ha, ha. Trauriger Smiley. Das Schlechteste in Liebe und allem erfahrt. Hm, scheint aber auch keinen zu stören, dass wir hier sind. Warum feierst du so alleine? Ich würde ja tanzen, aber ich kann nicht. Ich habe Angst, dass ich irgendwen aussehen schlage. Danke. Kristall. Was soll ich mit den ganzen Kristallen? Wahrscheinlich verkaufen. Ich behalte die erstmal. Für den Fall, dass die nochmal irgendwie was bringen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich sie verkaufen kann. Eisenerz. Wieder eine Kiste, die wir nicht öffnen dürfen. Und dahinter gibt es Stuff. Ja. Ich weiß auch schon, wie wir dahinter kommen. Ich frage mich immer, sehe ich die Sachen nicht? Oder spawnen die da, nachdem ich fertig bin? Silbererd sogar. So. Zack. Ah, 2D-Modus. Der kommt hier sehr gut. In 3D-Modus wäre die Springerei ein bisschen anstrengend. Da ist eine Küste. Du bist doch bestimmt geschickt genug, da drüber zu laufen, oder? Hallo. Lass mich zu der Kiste. Auf rumzuzittern. Okay. Ich will zu der Kiste. Ist mir egal. Kann ich hier rüber zu der Kiste? Okay. Es wechselt auf jeden Fall auch in den... 2D-Modus. Ah, so komme ich zu der Kiste. Fähigkeitssalbe erhalten. Jetzt sehe ich nichts mehr. So, aber ich glaube, wir können uns dann... Damit können wir uns das... Anfangsgeklette sparen. Bin mir immer nicht ganz sicher, wann sie sich festhält. Wann ich noch ein bisschen... Besser... Rausfinden. Beziehungsweise... Hm. Okay, ich dachte vielleicht, wenn man Spring gedrückt hält... Es ist echt schwer, auf diesen kleinen Balken zu springen. Es geht auch nur mit einem Doppelsprung. Ich habe es doch eben auch geschafft. Komm. Okay. Nein. Alter, jetzt... Lauf da doch nicht runter, wenn ich gerade draufstehe. Guck mal, warum hat sie sich jetzt gerade... Bin ich ja runtergerutscht. Kann ich direkt da dran springen? Ja. Sie läuft immer automatisch nach... Naja, das ist unmöglich, ohne dass die Kamera... Also ohne... Müsste sich die Kamera drehen, dass ich den Sprung hinkriege. Ich habe das doch eben auch da drauf gelegt. Ich weiß, dass es geht. Ah. Komm. Nein. Nein. Und dann kommt noch ein Dash hinterher. Ach komm. Ich bitte dich, das war drauf. Jedes Mal, wenn ich es drauf schaffe... Mach ich danach ein Dash. Oh, du willst mich doch verarschen. Noch gesehen, sie hat sogar die Landebewegung gemacht. Da schon wieder. Ja. Würde es mich... Das Spiel würde mich doch verarschen. Kommen wir gerade ein bisschen dämlich vor. Muss ich ehrlich zugeben. Ich will das jetzt aber darüber schaffen. Wahrscheinlich ist dann da eine unsichtbare Wand und man kann da gar nicht nach vorne laufen. Warum rutschst du jedes Mal runter? Es bleibt doch da oben stehen. Nein. Ja. Nein. Ich habe... Ich habe nichts gedrückt und sie läuft runter. Warum? So, ich drücke nichts. Ich drücke nichts. Und sie fällt runter. Ich muss wohl was drücken. Damit der... Die jetzt noch ein bisschen besser... Boah, Mädel. Regt mich nicht auf. Ich kann... Darf auch nicht zu... Genau. Ich darf auch nicht zu viel justieren. Sonst dash ich wieder. Genau so. Sie sich da oben auch nicht... Ach, weißt du was? Nein. Ich will das jetzt nicht. Ich will das jetzt schaffen. Es geht wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich ist es echt nur, damit man so eine Zwischenstation beim Springen hat. Ich versuche mal, wenn wir das nächste Mal drauf springen, direkt... Ah, wenn man direkt springt, dann geht es vielleicht sogar. Aber das ist auch wie... Wie Gummi. Dass man hier jedes Mal runterrutscht. Wenn ich den Weg wieder zurückgegangen wäre, wäre ich schon zehnmal da gewesen. Okay. Kann ich mit... Da kann ich mit arbeiten. So. Okay. Meine Ehre ist wieder hergestellt. Tut mir leid. Ich musste das jetzt schaffen. Es war... Ähm... Es ging nicht anders. So. Hier liegt Blut. Lag hier nicht auch eine Kiste irgendwo? Die Kiste. Bei Typ. Er hat bestimmt auch gar nicht geguckt. Das ist ein Androide, der hat 20 Mal versucht, an einer Stelle hochzugehen, obwohl es eine viel bessere gibt. Dort ist es gefährlich. Ist kaputt. Gefahr für Unbefugte. Wir sind befugt. Wir wissen, was wir tun. Cool. Cool. Körperbericht. Die sind cool. Ich meine, das ist der Partypanzer. Wer würde den Partypanzer nicht cool finden? Ich weiß, ich werde es bereuen. Aber ich mache nicht den Partypanzer kaputt. Lass mich raten. Ich komme, wenn ich ihn nicht kaputt mache, hier gar nicht durch. Nein, da ist eine Treppe. Alles gut. Ich muss nichts mit dem Partypanzer machen. Wird später bestimmt mega eklig werden. Aber nein. Ich meine... Ja, sie sind nicht feindlich gesinnt. Ich will nicht der sein, der die Party kaputt macht. Niemand mag den, der die Party kaputt macht. Solltest du wissen, 9S. Ähm... Ey, lass uns unseren Spaß. Oh, ich will Achterbahn fahren. Ähm... Man sollte sich hinsetzen dazu. Was ist das, 2B? Hi Warum greifen die uns jetzt hier an? Wir fahren doch nur Achterbahn Lasst uns Achterbahn fahren Das ist mega geil Also ich kann mich gerade nicht so auf die Landschaft konzentrieren Leider Ich versuch's, aber So Hi, 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 hi Kaputt Ich finde die verschollene Ja, H-Einheit immer noch Ausweichdistanz plus 2 erhalten Körper Ponpon Eine dumme Puppe Hörte die Schreie von Maschinen in einer Stadt voller Löcher Was auch immer Gibt auf jeden Fall ordentlich Stuff Ähm Kann ich die Kamera eigentlich in den Ja, nee, kann ich nur noch links und rechts bewegen Äh, ich Ich will versuchen da rüber zu springen Oh Achhi, ich will noch links strach what do I do gut Check out fach was ja Good Das sind Tote-Joha-Einheiten. Erstmal daneben schießen. Gute Idee. Okay, ich bin dafür. Ich halte erst mal Abstand und gucke, was das Ding so kann. Okay, einmal Bereichskugel schießen. Dann Laser. Wow. Okay. Die sich kacke drehen. Okay, was kannst du noch? Zeig mal. Aua. Ich sollte mich nicht von den Raketen treffen lassen. Aua, 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 aua. Okay, ich sollte auf jeden Fall nicht so auf Direkt-Hits gehen. Äh, Kamera? Hallo? Äh, Kamera? Warum ist... Warum hat sich die Kamera... Wie soll ich denn so kämpfen? Achso, ja, jetzt macht es Sinn. Ich bleib mal bei den kleinen Angriffen, weil ich dann die Kugeln, die vor mir spawnen, wegschlagen kann. Warte ganz kurz. Ähm... Ich hörte die Schreie von Maschinen im Bunker auf Erde blicken. Reparieren? Du kannst mir mal ganz kurz bei dem Bosskampf hier helfen. Beziehungsweise, ich kann ja auch... Okay, wurde zu deinem Verbündeten... Starte Hacken. Hä? Was muss ich machen? Was ist das? Hallo? Hallo? Ähm... What the fuck? Ah, okay. Ich verstehe. Hacken abgeschlossen. Ähm... Ah... Tooby! Ah... Ich bin... ... Was zur Hölle? Greif ich mich überhaupt an? Ich kann ja alle easy zerballern. Okay, das ist nur ein Schein. Wer... Hi. Okay, ich sehe schon, man darf denen keine Zeit zum Angreifen geben. Starte hacken. Okay, jetzt habe ich aber gegriffen, wie es funktioniert. Hecken abgeschlossen. Okay, ich wüsste nur gerne, wo Gegner sind. Okay, zack. Äh, ich arbeite dran. Okay, das ist unsere. Okay. Erst die Erz, dann der Rest. Okay, ich muss noch schöner werden. Ach, komm, du bist doch wunderschön. Okay, starte hacken. Ich muss da immer umgreifen, weil man das Ziel aus irgendeinem seltsamen Grund nicht mit der Maus steuern kann. Nein, ausweichen, 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 ausweichen. Das war mega scheiße. Ich bin nicht ganz sicher, wie dieses Hacken, also wann man... Es wird doch von Mal zu Mal schwieriger. Ich glaube, ich darf mich nicht von diesen goldenen Kreisen treffen lassen. Ich glaube, diese... Ich glaube, diese goldenen Kreise machen das Hacken. Das heißt, ich muss immer gucken, dass möglichst alle von diesen Biestern tot sind. Jetzt rastet sie aber aus. Ich glaube, ich kann ja auch nahezu keinen Schaden machen, wenn sie den Panzern hat. Okay. Nein. Fuck, ich bin gerade wegge... Weggedashed. Ach. Ich muss so schnell umgreifen. Okay, merke, es sind wieder welche von den Biestern da. Ah, verdammt. Aber diesmal... Habe ich vorher das kommen sehen? Nice, ich habe keine Ahnung, ob ich Kontakt-Damage kriege in diesem Screen. Ich glaube, es gibt auch keine weiteren Gegner. Ah, fuck. Ein Hoch auf das Automatische. Oh, sie liegt, sie liegt, sie liegt, sie liegt, sie liegt. Haut drauf, was du hast. Okay, weg mit denen. Was macht sie? Völlig ausrasten, okay. Kann ich mitarbeiten. Nein, danke, fuck, hecken. Okay. Aber meine Isaac-Erfahrung lässt mich nicht im Stich. So, einmal ganz kurz das Pod-Programm draufhauen. Jetzt haben wir einen mit Stufen abgehalten. Wir sind total kaputt von der Anzeige her. Pod! Entfernt. Geh! 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 Geh!